Lachs, die Diewdje, am 16. Januar. Heute sind die meisten Snowboarders des Mondes, am Burton European Open, die größte Kurs der Europäischen Union. Heute sind die Saison spektakulärs. Wir interessieren uns auch ein guter Kurs für die Goudonia. Wir interessieren uns auch ein wenig, wenn wir uns in der Maulung auf die größte Kurs. Nein, manche etwas Speziales. Manche dünne Blätter. Manche dünne Blätter. Manche dünne Blätter. Manche dünne Blätter mit Pannen, Joghurten, Öfen... ...duatz, genau das! Ich esse, dass ich Energie habe. Ich habe auch viel Energie. In der Nacht, wir essen Wasser und Pannen mit Öfen. Manche dünne Blätter und Echzen. Auf dem Pann rücken wir schon ein schnelles Monat. Aber da ist es schon so schön, DJ-Job und Wow. Ich finde mega wichtig ist auch viel trinken, viel Wasser trinken und nicht irgendwelche zu zuckerhaltigen Getränke, sondern lieber dann den Zucker oder die Energie von gutem Essen. Wenn ich mich nicht mehr so fühle, dann... Nein, ja. Ackor stattet die Ilzomens, let's pretend, dass sie in Togpliout klaszdonas. Ackor stattet die Kultemeja, stå ne Sleumeja auch in der Blick klaszdonas. Es werden im Contest sich sehr wenig, weil es schon die Nervosität ergibt. Die Bibel in Red Polen, vielleicht in Tegau, aber auch ein Toc-Ciokolade, vielleicht in Fritz, Eine Banane.